Hier ist der Dator und herzlich willkommen zum siebten Abonnenten-Let's Play. Wir spielen ausnahmsweise nochmal mit Boris Matt, weil ich hatte sowieso jetzt gerade noch die Aufnahme am Laufen und wir hatten schon mal gespielt, aber jetzt ausnahmsweise spielen wir jetzt nochmal ein zweites Mal, eben auch weil ein paar Partien nicht gespielt wurden, weil eben die Mitspieler nicht rechtzeitig da waren. Und deswegen spielen wir hier jetzt nochmal mit Boris und vielen Dank Boris, dass du dich dazu bereit erklärt hast beziehungsweise, dass du nochmal gefragt hast, ob es vielleicht eine Revanche gibt und dann dachte ich, komm, das passt jetzt gerade zeitlich gut rein. Also nicht, dass man jetzt denkt, das mache ich jetzt immer so und dass man immer, weil sonst wird es zu chaotisch, aber jetzt hier in diesem Fall hat es wirklich jetzt gut gepasst und er hat so nett gefragt und alles und dann, okay, also und vor allem, es passt jetzt einfach auch gut und so weiter und deswegen dachte ich, komm, also dann spielen wir nochmal eine Partie. Okay, also jetzt hier habe ich die Rochade gespielt und es steht immer noch recht ausgeglichen. Oh, ich wollte eigentlich anders spielen, nicht Springer C3, sondern ich wollte C3 spielen und D4, das ist eigentlich, denke ich, ambitionierter. Aber jetzt kann ich den Springer nehmen und wenn er dann hier zurücknimmt, dann kann ich doch zumindest da nehmen, weil dieses Dame nach D4 funktioniert nicht wirklich oder weil ich dann Springer nach F3 habe und hier kein Matte droht. Es gibt so eine Variante, wo dann hier das Matte droht, wenn er eben weiß noch nicht roschiert hat und dann weiß den Bauern wieder, oder auch schwarz, den Bauern im Zentrum wieder zurückbekommt. Die Variante gibt es, aber ich glaube, hier kann ich den Bauern tatsächlich nehmen. Ach so, aber dann kann er vielleicht da, aber er läuft immer in Turme 1 dann. Das ist, also ich denke, ich kriege den Bauern jetzt. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja genau Dame dahin. Jetzt kann ich entweder D4 spielen oder den Springer einfach zurückspielen. Mir gefällt den Springer zurückspielen, gefällt mir er. Oder ist da was, was ich jetzt übersehen habe? Nee, ich glaube nicht. Ich ziehe mich mal zurück. Den sollte er jetzt nicht nehmen, den, ähm, ach so, aha, das ist auch. Aber dann kann ich D3 spielen und den einfach zementieren. Okay, ich spiele D3, möchte hier weiter draufbleiben und dann läufe nach E3. Läufe nach E3 und wenn das sich hier abtauscht, kriege ich zwar einen Doppelbauer, aber das ist ein Doppelbauer im Zentrum, der noch mit einem anderen Bauern verbunden ist. Also das kann man, denke ich, machen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Ich muss darauf passen, dass er nicht da schlagen kann und dann meine Qualität hier, dass ich die verliere. Aber ich kann den Springer zurückziehen und jetzt geht das Schlagen hier nicht, weil jetzt keine Qualität von mir dahinter hängt. Okay, er möchte da wahrscheinlich abtauschen. Ist das gut für mich? Ich kann den Springer auch da hinziehen. Ich kann auch erst schlagen und dann den Springer da hinziehen. Aber, nein, wenn ich erst schlage, ach, ich ziehe erst den Springer da hin, weil wenn er jetzt schlägt, dann kann ich da zwischenschlagen und Dame und Läufer sind angegriffen, dann kann ich den Läufer erst nehmen und kann danach hier nehmen. Dann kann er vielleicht da nehmen, hat er jetzt aber nicht gemacht. Oh, Springer F5 sieht auch interessant aus. Wie ist Springer F5 zu bewerten? Springer F5. Jetzt muss erst mal die Dame sich in Sicherheit bringen. Aber vielleicht Dame hier, aber wobei, da kommt der Bauer vor und dann habe ich hier vielleicht Druck. Davor wahrscheinlich erst Springer nach G3 ziehen um den Bauern oder schlagen. Also der Bauer, der ist noch ein bisschen, auch wenn er gedeckt ist, irgendwie macht er mir noch ein bisschen Sorgen. Der Bauer. Aber vielleicht bin ich hier auch übertrieben vorsichtig. Jetzt möchte ich erst mal meinen Bauern hier decken. Zum einen und zum anderen den Springer auf ein besseres Feld ziehen mit G3. Und, oh, ich muss auf die Zeit achten. Okay, er nimmt da, nehme ich mal so und hoffe, dass nichts passiert. Wenn jetzt die Damen getauscht worden sind, das ist okay für mich. Ich habe ein paar mehr, das kann man machen. Aha. Das ist etwas ungünstig. Ja, da kriegt er wahrscheinlich die Qualität. Aber ich habe vielleicht, nein, wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da raus? Okay, ich greife erst mal hier an. Und, oh, ich muss jetzt einfach schneller spielen. Aber meine Figuren sind aktiv. Das ist auch, okay, er zieht den zurück. Dann kann ich doch aber, dann kann ich doch meinen Turm retten. Ich glaube, er hätte einfach schlagen sollen und ich glaube, dann steht er besser. Oder, na, ich weiß nicht, ob besser. Gut, er hat hier einen Doppelbauer. Und das Läuferpaar gibt er ja dann auch wieder zurück. Jetzt kann ich F3 spielen und das alles sichern. Hoffentlich kommt mein Springer wieder raus. Aber ich glaube schon, das sieht gut aus. Also, da hätte er, glaube ich, schlagen können. Wenn er da geschlagen hätte, dann steht er mal auf, also mindestens, steht er, denke ich, gleich gut. Also, vom Material hat er dann sogar, hat er dann sogar ein Bauernmeer. Und, oh, ich muss auf die Zeit achten. Ich muss auf die Zeit achten. Ich darf jetzt nicht so viel reden, sondern ich muss mehr spielen. So, aber jetzt, ich möchte Material abtauschen. Nicht, dass ich wieder in so einem Qualitätsopfer, dass ich da wieder die Qualität irgendwie so verliere oder so. Ich möchte jetzt kein Risiko. Ich möchte ganz ruhig spielen. Einfach abtauschen und das normal gewinnen. Hoffe ich mal. Der geht immer nicht, weil der kommt. Und dann kommt mein Springer immer noch raus. Ich habe die Turmlinie. Ich möchte die Turme jetzt verdoppeln. Und ich möchte vor allem nicht auf Zeit verlieren. Jetzt, das ist die Zeit. Ai, ai, ai. Da muss ich aufpassen. Okay. Na, ich... Nicht, dass da irgendwelche Tricks sind. Ich möchte einfach die Turme verdoppeln. Und das ganz solide Runterspielen, so gut ich kann. Ist das was? Droht da? Droht da vielleicht? Der, ja. Ja, jetzt gehe ich auf die zweitletzte Reihe. Das ist klar. Droht hier und das droht der. Weil dann ist die Gabel. Also es sind zwei Drohungen. Das ist jetzt schwierig zu parieren. Das läuft in die Gabel. Vielleicht hat er den König ziehen sollen. Und dann, ja, dann muss man gucken. Ja, das ist... Oh, aber jetzt hat er das Schach. Dann kriegt er zumindest den Bauern. Das ist... Ja, und vielleicht auch den. Aber ich komme auf der zweitletzten Reihe, dringe ich einen. Das ist oft auch ein großes Plus. Aber er kann jetzt den Bauern nehmen. Also es ist... Okay, dann... Gut, dann nehme ich aber zumindest den. Habe jetzt aktuell drei Bauern mehr. Aber das Ding ist noch nicht... Oh, 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 oh. Das war ziemlich super. So, optimal. Jetzt habe ich nur noch zwei Bauern mehr. Oder hatte ich vier mehr? Ich hatte vier mehr. Ganz wichtig jetzt, die Linie alle Felder wegnehmen. Nicht, dass er da... So, jetzt gewinne ich wieder ein Bauern. Wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Aber, oh, er kriegt vielleicht den. Er hätte Turm hier hinspielen können. Dann hätte er den gekriegt. Hier mit Schach. Dann hätte er die Linie gekriegt. Das ist nicht zu unterschätzen. Jetzt muss ich da aufpassen. Nicht, dass er da die... Genau, dass er da nicht runterkommt. Weil jetzt kriege ich den Turm. Ah, ich will weg mit dem Turm. Oh. Ah, er hat aufgegeben. Also, aber gut gespielt, Boris. Vor allem jetzt... Eigentlich, du hättest... Ich glaube, du hättest... Ich weiß nicht. Gewinnen können wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Ab mit dem... Wo du die Qualität... Also, hier, das war auch... Aber gut, da war es trotzdem weiterhin gewonnen. Denke ich für weiß. Sogar ziemlich klar. Aber davor hier bei dem... Na, hier. Hier. Hier hättest du einfach, glaube ich, den Turm nehmen können. Und, boah. Dann hast... Ich muss zurücknehmen. Ja, ne, weiß ich nicht. Vielleicht mit... Ja, wahrscheinlich mit dem König. Dass der Turm hier schön auf der Linie bleibt. Und die Springer stehen auch gut. Und dann hast du erstmal ein... Eine Bauern-Einheit mehr. Gut, meine Figuren stehen aktiver. Und du hast hier einen Doppelbauer. Aber... Also, das ist mindestens gleich gut für dich. Denke ich mindestens. Vielleicht ist es sogar ein Hauch besser. Ja, schwer zu sagen. Aber... Der Springer ist schon sehr unangenehm. Wobei der Springer ist auch nicht so klar. Wo der eigentlich wie... Also, das wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Und nachdem du hier... Wo war das denn jetzt? Als ich hier C3 gespielt habe... Da hat ich genau... Hier dich nicht davon beirren lassen. Einfach hier nehmen. Einfach dann nehmen. Und egal, ob ich dann hier nehme. Oder da. Da kannst du den jeweils anderen Läufer retten. Und dann hast du einfach eine Bauern-Einheit mehr. Gut, das muss man dann auch erstmal gewinnen oder spielen. Aber... Vielleicht habe ich auch solche Ideen. Oh ja, das ist auch interessant. Aber... Ja, das war spannend. Also, das war spannend. Also, da... Wenn du hier genommen hättest auf F1... Genau, aber... Ja, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Und man kann immer wieder was Neues dazulernen. Und mal hat der eine Glück und mal der andere. Passiert ist bei jedem so. Und kann man nur viel daraus mitnehmen. Und eben, dass man auch in solchen Situationen mit dir hier ganz... Sag ich mal... Ganz kühl bleibt. Und ganz berechnend. Und einfach zack hier... Kaltblütig einfach da reinschlägt. Und das da... Also, normal schlagen es nicht immer... Ich rate ja oft vom Schlagen ab oder so. Aber hier in dieser Stellung einfach da die Qualität mitnehmen. Und dann ist es vollkommen offen, wie das hier ausgeht, denke ich. Oder beziehungsweise hat sogar wahrscheinlich schwarz ein bisschen Oberwasser. Genau, aber in einer menschlichen Partie ist das, denke ich, noch alles offen, wie das dann hier genau weitergeht. Also, vielen Dank, lieber Boris, fürs Spielen. Vielleicht spielen wir ja mal wieder. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und dass dich unterhalten hat. Und auch nur eine Sache. Macht euch keine Gedanken mit irgendwie... Oh, jetzt habe ich da einen schlechten Zug gespielt oder sowas. Das passiert jedem. Das ist vollkommen normal. Das ist kein Grund, sich... Ja, das passiert auch mir. Auch ich habe schon schlechte Züge gespielt. Und zum Beispiel auch sogar gewonnene Partien wieder eingestellt. Und dann doch noch verloren. Also... Ich weiß nicht mehr, wer hat das... Genau, eine Mannschaftskollegin von mir hat gesagt, die sehr, sehr stark ist. Die hat gesagt, am schwersten ist es, eine gewonnene Partie noch zu gewinnen. Und eine gewonnene Stellung noch zu gewinnen. So, so. Und da hat sie einfach recht. Da hat sie recht. Das kann ich nur bestätigen. Man darf nicht meinen, nur weil man auf Gewinn steht, sagt jetzt, das war's. Äh, sondern oftmals dreht sich nochmal das Blatt. Das, äh... Genau, kommt oft vor. Aber das macht sie auch spannend und unterhaltsam. Äh, genau. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr genauso mit mir spielen wollt, dann schaut euch bitte erst das Video, ähm, wichtige Informationen zu den Let's Plays mit den Abonnenten an. Und, äh, wenn ihr die Bedingungen mit diesen 300 Partien auf Lead Chess erfüllt, dann könnt ihr euch gar nicht bei mir melden und euch bewerben. Und dann spielen wir vielleicht mal miteinander. Dann kommt ihr auf die Liste. Und, äh, ich melde mich dann bei euch, sobald ihr in der Reihe seid. Und dann kann man einen Termin vereinbaren. Und, genau, dann spielt man vielleicht mal miteinander. Wäre auf jeden Fall schön. Ich freue mich immer, euch kennenzulernen. Ähm, genau. Und dann hoffe ich, dass euch diese Partie auch gefallen hat. Sie euch unterhalten hat. Und, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao.